Hallo, ich bin Peri Soilu und du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, hi, schön, dass du hier bist erstmal. Ich habe gerade überlegt, bei welcher Folge wir sind, aber ich glaube, es sollte jetzt 126 sein, Folge 126 vom Happy Cool Love Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und wieder dir 20 Minuten so circa Zeit nimmst für die Tiefe. Die Tiefe, die Tiefe, die Tiefe, weil ich glaube, wir sind schon alle oft zu viel in der Weite gewesen und haben uns genug darin verlaufen, obwohl ich glaube, es gibt eigentlich auch kein Verlaufen, aber du weißt, was ich damit andeuten will. Deshalb freue ich mich immer wieder auf die Zeit, die wir uns hier gemeinsam nehmen, um tiefer zu gehen, um mehr zu verstehen, um stiller zu werden vor allem. Also, heute in Folge 100, Folge 126 möchte ich über etwas mit dir sprechen, was mir so vor ein paar Wochen passiert ist. Ich glaube, vor zwei vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht vor ein, ich weiß es irgendwie so, vor kurzem. Vor kurzem ist mir das passiert, dass ich mich hinterfragt habe, sag mal Peri, für was möchtest du eigentlich stehen? Für welche Welt möchtest du stehen? Für was möchtest du repräsentieren? Was ist dir wichtig mit dem, was du in diese Welt schickst? Und wie das schon wieder zustande gekommen ist, darauf will ich gleich noch mit dir zusammen mal schauen. Nur, worum ich dich vorab natürlich sehr gern wieder einmal bitten möchte, ist, dass wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du Nutzen aus ihm ziehst, wenn du merkst, dass er dich dazu motiviert, die Dinge mal anders anzugehen, dich selbst anders zu reflektieren und dich zu hinterfragen, warum tue ich die Dinge eigentlich so, wie ich sie tue? Kann ich sie auch anders tun, wenn ich merke, dass sie mir eigentlich nicht gut tun oder was auch immer dieser Podcast in dir Positives auslöst? Dann freue ich mich, wenn du bei iTunes vorbeischaust und mir dort eine Bewertung beziehungsweise ein Feedback hinterlässt. Für deine Mühe danke ich dir natürlich schon mal für ab. Ich freue mich immer über jeden, der sich bei mir zurückmeldet und sagt, wie es ihm geht, wenn er hier zuhört. Danke dir für deine Präsenz hier auf alle Fälle. Also vor kurzem habe ich mich schon wieder hinterfragt, Peri, für welche Welt willst du eigentlich stehen? Und wenn ich sage, für welche Welt, dann denke ich ja auch, dass es verschiedene Welten gibt. Und im Grunde genommen gibt es, weil ich bin ja eine Schülerin von Ein Kurs in Wundern, ich bleibe mein Leben lang Schülerin und vielleicht lehre ich auch manchmal, aber es ist für mich nie eine Einbahnstraße. Immer wenn ich etwas rausgebe an jemanden, dann lerne ich durch mein Gegenüber, wo ich gerade bin. Ich glaube, auf einer höheren Ebene sind wir nie nur jemand, der was lehrt. Wir geben und nehmen immer zur gleichen Zeit. Aber das nur nebenbei. Also ich glaube, dass es tatsächlich immer noch zwei Welten gibt. Die eine ist die, die wir aus unserem Ego herausgeschaffen haben, aus diesem Anteil in uns, der sehr in Angst und Mangel Gedanken vergeht und vor allem sich nur mit seinem Körper identifiziert und denkt, er ist eine Einheit für sich, ein anderer Mensch ist eine andere Einheit für sich. Und diese Welt besteht aus Angst und Mangel und wenn jemand mehr hat, dann haben wir weniger und dementsprechend ist dieser Anteil auch sehr verurteilend und hat sehr stressige Gedanken, sehr stressige Emotionen und hat darüber hinaus vergessen, dass es vielleicht noch eine andere, eine alternative Sichtweise auf die Welt gibt. Und wenn er diese natürlich annehmen würde, würde das das Ende unseres Ego bedeuten. Von daher will er sie natürlich auch nicht annehmen, dieser Anteil. Die Alternative ist tatsächlich, dass wir uns nicht mehr mit dem Körper identifizieren und mit dem Angst- und Mangeldenken dieser Welt, sondern, also dieser lauten Welt, so nenne ich sie auch manchmal, sondern mit unserem wahren Selbst, ja mit unserer Essenz, so nenne ich das mal. Und diese Essenz, die ist tatsächlich ewig. Sie ist etwas, was nicht sterben kann. Sie ist etwas, was wir bekommen von unserer Quelle. Also sie ist in uns, aber nicht von uns. Und wenn wir diesen Körper wieder ablegen, weil wir genug gelernt haben oder unsere Aufgabe erfüllt haben auf dieser Erde, dann bleiben wir immer noch diese Essenz. Und diese Essenz sind wir auch, während wir in diesem Körper sind, viel mehr als dieser Körper. Aber irgendwie in unserer menschlichen Erfahrung ist das wohl so eine Zwischenstation, dass wir unserem Ego mehr Glauben schenken als unserer wahren Essenz. Und wir tummeln uns lang genug und oft genug, erst mal lang genug auf der einen Seite, dass wir denken, oh, wir sind nur dieser Körper. Und dann irgendwann, glaube ich, sind wir manchmal mit einem Fuß in diesem sehr menschlichen Denken und sehr egobelasteten Denken. Und dann gibt es aber auch immer etwas in uns, das an mehr glaubt in einer Phase, wo wir uns auch lang genug befinden, dass wir irgendwie immer so hin und her eiern zwischen diesen zwei Welten, bis wir hoffentlich irgendwann tatsächlich mehr in dieser Welt, in diesem Bewusstsein sind, dass unsere wahre Essenz, unsere wahre Natur ist. Und diese wahre Natur, zu der haben wir oft einen direkten Zugang, wenn wir still sind. Und ich meine mit Stille nicht, dass im Außen kein Lärm ist. Ich meine mit Stille tatsächlich, dass in uns kein Lärm mehr ist. Ich weiß, dass das eine große Aufgabe ist und ich weiß, dass wir sie wahrscheinlich nicht innerhalb von einem Tag bewältigen werden. Na klar gibt es Ausnahmen, so wie Eckart Tolle oder Byron Katie, die irgendwie total so einen Aha-Erwachungsmoment hatten. Muss uns allen nicht passieren, kann uns passieren, ich würde es uns allen gönnen. Aber wir müssen nicht verzagen, wenn das nicht sofort passiert. Wie sagt ein Kurs in Wundern so schön? Niemand kann scheitern, der die Wahrheit sucht. Immer ein schöner Reminder für uns alle. Vor zwei Wochen ungefähr habe ich eine neue Social-Media-App ausprobiert. Clubhouse heißt sie. Ich bin wirklich sehr zufällig drüber gestolpert und fand das Prinzip eigentlich ziemlich cool, weil alles basiert auf Audio. Also du hast keine Bilder, du hast keine Videos. Alles ist sozusagen fokussiert auf die Stimme. Du kannst einen Raum eröffnen und in diesem Raum bist du dann der Moderator, kannst dir Co-Moderatoren aussuchen. Und dann, wenn Zuhörer dazu stolpern, dann kannst du die auch mit auf die virtuelle Bühne holen. Und so ist das wie so ein interaktiver Podcast, hatte ich das Gefühl und fand das richtig cool und dachte, oh, ich kann das ja mal ausprobieren. Vielleicht kann ich das ja tatsächlich auch für unser Format hier nutzen, für Happy Cool Love, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen interaktiver austauschen können und fand das ganz charmant. Zurzeit funktioniert das tatsächlich nur mit Einladung. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, ist es gar nicht so schwer. Also in der Zwischenzeit gibt es bestimmt in deinem Umfeld genug Leute, die da schon sind und dann holt man sich eine Einladung und tatsächlich kann man sich auch einfach anmelden und ist dann auf einer Warteliste, was auch immer diese Warteliste sein soll. Und dann erhält man sofort ein Feedback, falls einer deiner Freunde sieht, oh, okay, Freund XYZ oder Freundin XYZ ist gerade auf der Warteliste und wartet, hier eingelassen zu werden und dann kannst du sie reinlassen. Ich glaube, ich finde es eher schwieriger, dass es nur für Menschen ist, die auf iOS arbeiten, also auf dem iPhone oder iPad, aber das nur so zu den Rahmenbedingungen dieser App. Als ich erst mal sehr neugierig diese App dann aufgerufen habe und reingeguckt habe, war ich einfach völlig erschlagen von der, für mich sehr, von dem Lärm, der mich dann dort empfing. Da waren schon wieder so viele Menschen, die so viel anzubieten hatten, ich weiß gar nicht was alles, tausend Business-Stunden und wie du ganz schnell reich wirst, Ideen und über Aktieninvestments und Vernetzungsmöglichkeiten über und über und überall waren auch Coaches, die ganz viel Angebote links, rechts und überall hin verstreut hatten. Und per se ist das ja nicht schlimm. Ich meine, im Grunde genommen ist es, wie es ist, nur habe ich sofort gedacht, oh mein Gott, ich brauche Ruhe, das ist mir schon wieder alles viel zu laut. Und dann sind da auch so ein paar Gruppen gewesen, wo ich kurz reingehört habe und ich war tatsächlich von manchen Inhalten relativ entsetzt. Und nach meinem Entsetzen vom Inhalt und von dieser Lautstärke war ich auch irgendwann, habe ich dann so gemerkt, okay Peri, du wirst wütend, das ist ja interessant, du bist wütend. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, das ist kein Fun-Fact, es ist mal ein Fact-Fact wieder, ich war ja ein mega wütendes Kind. Das ist so geil. Oh mein ey, heute denke ich so, mein Gott, warum warst du bloß so wütend? Ich kann es nachvollziehen, ich war ein sehr wütendes Kind. Ach, das muss wirklich anstrengend für meine Eltern gewesen sein. Aber mich hat diese Welt so wütend gemacht, manchmal schon als Kind, weil ich immer gedacht habe, warum ist diese Welt so lieblos? Warum sind die Erwachsenen so kompliziert und warum ist das Leben so komplex? Warum leiden die Menschen so? Ich war schon als Kind ein ziemlich beobachtender Mensch und irgendwie hat dieses laute, schmerzliche, leidende, komplexe. Ich habe das nicht verstanden als Kind und das hat mich so wütend gemacht. Diese Lieblosigkeit hat mich so wütend gemacht und ich wusste mir einfach als Kind anders nicht zu helfen. Und manchmal, wenn ich mir auch als Erwachsene anders nicht zu helfen weiß, dann merke ich für einen Augenblick dieses wütende sechsjährige Mädchen, das so denkt, what? Was ist in dieser Welt nicht in Ordnung? Ich verstehe nicht, warum alle so laut sein müssen und alle so FOMO haben. Und auf dieser Plattform habe ich auch das Gefühl, dass es da halt teilweise Menschen gibt, die wirklich FOMO haben, also Fear of Missing Out. Sie haben Angst, etwas zu verpassen und deswegen ist da vielleicht auch diese Lautstärke. Und das ist ja auch okay, wir müssen ja alle unseren Weg gehen. Wie sagt Marianne Williamson immer so schön? Wir alle befinden uns auf einem spirituellen Weg. Manchen von uns ist es noch nicht bewusst. Also achtsam sein mit spiritueller Arroganz. Ja, ich hatte mir das auch alles dann zu Herzen genommen, nachdem ich dachte, Peri, was machst du eigentlich? Warum bist du jetzt gerade wütend? Deine Wut hilft niemandem. Das hilft nicht, dass du wütend bist. Hinterfrag dich lieber, für was möchtest du stehen? Okay, klar ist, ich möchte nicht für diese laute, angstvolle, mangelbesetzte Welt stehen. Das ist mir klar. Aber ich merke trotzdem, dass die mich noch oft triggert. Also an diesem Wochenende, wo ich dann diese Social Media App ausprobiert habe, war ich mega getriggert. Also ich habe wirklich, ja, da war schon ein Anteil, der war wütend in mir. Da habe ich richtig schön Wut gespürt, diese kleine Sechsjährige, ich sehe die immer vor meinem inneren Auge, die dann völlig entnervt war, dass sie dachte, was ist denn schon wieder mit dieser Welt los? Warum können wir denn nicht alle mal still sein und liebevoll und gut und gütig und ja, was auch immer sie so immer vor sich herdenkt. Aber das Gute ist ja, nachdem ich dann dachte, ich gebe es einfach auf, auch auf dieser Plattform, habe ich keine Lust, mich zu beteiligen, ich werde eh niemanden erreichen. Es ist eh völlig, soll ich sagen, für den Arsch? Ich glaube, das darf ich hier gar nicht sagen, aber es ist eh völlig müßig, was ich hier tue. Ich lasse es einfach, dachte dann dieser wütende Sechsjährige Anteil in mir. Zum Glück gibt es ja das Universum, das ja immer ganz prompt auf eine Bitte reagiert, wenn, ja, ich glaube tatsächlich, kommt es immer auf unsere Intention an, wie ehrlich wir bitten, um die Dinge anders sehen zu dürfen. Und dann habe ich halt tatsächlich gedacht, nee, das kann jetzt auch nicht das Ende sein, Peri, das ist hier noch nicht das Ende. Atme mal tief durch und sag, du bist bereit, die Dinge anders zu sehen, weil deine Wut hilft niemandem irgendwie in irgendeiner Form. Okay, und dann ist das Universum ja immer mega gnädig und ich kriege immer so ganz viele Zeichen, auf was ich bitte achten darf. Ja, dann kam wirklich das erste Zeichen in Form von einem Zitat von Margaret Thatcher. Ich glaube, sie hat dieses Zitat ein bisschen anders gemeint, als ich es aufgefasst habe, aber es hat mir wirklich sehr geholfen, mich wieder auszurichten und zu sagen, Peri, es geht nicht darum, ob dich jemand hört. Und zwar hat Margaret Thatcher wohl mal wirklich gesagt, Gott braucht keine ängstlichen Herzen als seine Botschafter. Ja, wie gesagt, ich glaube es jetzt anders gemeint, ich habe es aber so verstanden, dass Gott meine Wut nicht braucht. Gott braucht nicht mein Urteil darüber, ob es besser ist, weniger laut zu sein, ob Stille angebrachter ist. Gott braucht das von mir nicht. Gott braucht nicht, dass ich jemandem meine Liebe entziehe. Gott braucht nicht, dass ich verurteile. Gott braucht meine Wut nicht. Gott braucht, dass ich mich an ihn erinnere, dass ich mich an meine wahre Natur erinnere und egal, ob mir jemand zuhört oder nicht, genau das mit der Welt teile. Und ich brauche mir auch nicht Sorgen darum machen oder Verantwortung dafür tragen, ob ich jemanden damit erreiche. Ich brauche nur Verantwortung dafür tragen, dass ich diese alternative Sichtweise, die Sichtweise der Lehrer Gottes, wie ein Kurs in Wundern Gottesbotschafter nenne. Nämlich daran hat mich das erinnert, dieses Gottesbotschafter sind die Lehrer Gottes. Die Lehrer Gottes können kein schwaches Herz haben, zumindest nicht überwiegend. Wir, wenn wir ein schwaches Herz haben, verschließen wir unser Herz, sind wütend, sind dazu geneigt zu verurteilen oder zu sagen, ich gebe jetzt auf, ist eh alles umsonst, was mache ich hier eigentlich und zu meckern. Aber irgendwann merken wir, das nützt nichts. Deine Mittelmäßigkeit und deine Überidentifikation mit deinem Körper und deinem menschlichen Sein hilft der Welt nicht. Peri, snap out of it, komm da raus, komm da raus, es reicht und besinn dich wieder auf ein Besseres, auf ein Höheres, auf deine wahre Natur und geh den Weg. Geh den Weg, lass dich nicht beirren und lass die anderen dort, wo sie sind und das in Liebe. Also alle, die vielleicht für dich laut erscheinen gehen, ihren Weg und du gehst deinen Weg und du hast nur für dein Bewusstsein die Verantwortung und darfst das mit der Welt teilen, was du als richtig und wichtig empfindest. Und lass die anderen bitte mit der Welt teilen, was sie mit der Welt teilen wollen. Ich liebe ja überhaupt, diese Anteile in mir benennen zu können, wie dieses wütende sechsjährige Mädchen. Und tatsächlich hilft es mir immer wieder, in einen Dialog mit diesen Anteilen zu gehen, die meistens auch sehr jung sind. Und mir hilft es immer wieder, diesen Dialog zu suchen, weil ich dann tatsächlich wieder diesem Anteil die Macht entziehen kann und mich nicht hundert Prozent mit diesem Anteil identifiziere. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, das ist wirklich für mich eine mega hilfreiche Methode, um wieder so im Hier und Jetzt anzukommen. Und als ich das getan habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, Feri, die Welt muss nicht dir entsprechen, sondern du darfst dir entsprechen. Wenn du eine leisere Welt bevorzugst, wenn du eine stillere Welt bevorzugst, wenn du eine liebevollere Welt bevorzugst, dann lebt das den Menschen vor, dann lebt das den anderen vor. Und es hilft auch nicht, irgendwie zu denken, die Plattform ist das Problem, weil die Plattform ist natürlich nicht das Problem. Wir machen mit der Plattform, was wir mit allem machen. Das ist nur eine Projektionsfläche und wir können diese Plattform für alles nutzen. Und du kannst auch jede Art von Social Media dafür nutzen, entweder aus deinem wahren Bewusstsein etwas zu teilen oder halt nicht. Das ist alles eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue treffen. Für welche Welt möchte ich stehen? Möchte ich für eine Welt stehen, die an etwas Höheres, an etwas Vollkommeneres, an etwas Ewiges glaubt? Oder möchte ich für eine Welt stehen, die immer noch sehr vom Ego getrieben ist und das durch ihre Angst- und Mangelgedanken zum Ausdruck bringt? Für was möchtest du stehen? Wir dürfen uns das jeden Tag aufs Neue fragen und jeden Tag aufs Neue uns daran erinnern, was wollen wir sein, wer wollen wir sein, wie wollen wir sein? Was wollen wir mit dieser Welt teilen, ohne eine Garantie dafür zu haben, dass jemand uns hört oder wir jemanden inspirieren? Darum geht es nur peripher. Es ist natürlich wundervoll, wenn ich jemanden erreiche und ich erreiche auch Menschen und ich erreiche dich und ich kriege ja auch immer so ein wundervolles Feedback von euch. Jedes Feedback zu diesem Podcast rührt mich und berührt mich im Herzen. Die Gnade, die das Universum da für mich hat und sagt, hey Peri, du erreichst da schon jemanden, darf trotzdem nicht mein Motivator sein, mein Hauptmotivator, um hier weiterzumachen. Und so sollten wir das alle sehen, wir machen es, weil es richtig und wichtig ist, weil unser Herz, unsere innere Stimme uns sagt, das ist, was zu tun ist. Nicht, was ist für mich drin, sondern was kann ich tun? Was kann ich tun? Was darf ich fürs Leben tun? Nicht, was kann mir das Leben geben, sondern was kann ich dem Leben geben? Ich glaube, wir stellen so viele Fragen genau verkehrt herum und deswegen funktionieren so viele Dinge auch nicht. Oder werden sie so laut oder so angstbesetzt und so, dass wir so enttäuscht sind und denken, dass es kein Erfolg ist? Wobei es ist immer die Frage, wie definieren wir eigentlich Erfolg? Wie definieren wir diese Dinge eigentlich? Und ich halte es wirklich für richtig und wichtig, die Medien und alle Kanäle, die mir zur Verfügung stehen, dafür zu nutzen, ein Lehrer Gottes zu sein. Denn ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber wir sind alle Lehrer. Es ist die Frage, für was stehen wir gerade? Für welche Lehre stehen wir? Gott steht für die vollkommene, für die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat. Hinterfrag dich mal, für welche Welt möchtest du stehen? Welche Welt möchtest du mitkreieren? Wohin möchtest du deinen Fokus und deine Energie ausrichten? Ist das diese laute Welt, die Angst hat und die denkt, es gibt nicht für jeden genug, die denkt, ich bin ein Körper, du bist ein Körper. Wenn du mehr abkriegst, dann kriege ich weniger vom Kuchen, also muss ich mit dir konkurrieren? Oder möchtest du deine wahre Natur repräsentieren? Das, was ein Kurs in Wundern uns beibringt, dass wir mehr sind als dieser Körper, dass wir auf einer anderen Ebene alle miteinander verbunden sind und das, was du aus diesem Gewahrsein gibst, dass es tausendfach zu dir zurückkommt. Und wie das der Zufall so will, habe ich gestern einen ganz wundervollen Text zugeschickt bekommen von einem ganz wundervollen Menschen aus, der kleine Prinz. Und aus diesem Absatz möchte ich einen Satz mit dir teilen, der unglaublich schön gerade auf das zuletzt Gesagte passt. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder von dir. Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie gegeben. Das war's für heute schon wieder. Ich freue mich, dass du wieder hier dabei warst beim Happy Cool Love Podcast und mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe tatsächlich, dass es sich für dich gelohnt hat. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag hier wieder zusammentreffen beim Happy Cool Love Podcast. Bis dahin passt gut auf dich auf, deine Peri.